Liebe Freunde, Servus, hier ist die nächste Folge von Inside, ich bin der Zahle und wir stehen hier im Aufzug mit unseren brain-gewashten Marionetten, die uns hoffentlich helfen werden weiterzukommen. Ihr erinnert euch, wir haben in der letzten Folge einen Käfig runtergeworfen und ich hoffe, dass die anderen Marionetten nicht tot sind, also die Marionetten, die drin waren, denn wie ihr euch erinnert, 19 Freunde müssen wir sein und wir hoffen, dass die anderen überlebt haben und uns zu Öl vereinen werden. Also ab nach unten und gucken, was mit dem Käfig passiert ist. Ach wie geil er durch die Menge durchläuft. Super, die Animationen sind echt super. So, da ist der Käfig. Oh je. Ah, Gott sei Dank haben sie überlebt. Dann sind wir jetzt schon 11, wenn ich mich nicht verzählt habe, wenn ich das noch genau weiß vom letzten Mal, müssten wir jetzt 11 Marionetten sein. Ich bin der Zwölfte. Dann haben wir hier den 13. Es sei denn, hier sind noch mehr. Und helft mit. Äh. Wunderbar. Okay. Hier geht's weiter. Das hätte ich nicht gedacht. Oh nee. Hm. So. Ich kann runterfallen, also machen wir das mal. Und die anderen bleiben oben. Ah, guck mal, da sind noch drei oder vier. Können wir nach oben klettern? Selbstständig? Nee. Dann müsst ihr mir helfen. Uff. 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 Ja. Ja. Boah. Wie geil. Ach wie geil ist das denn. Uff. 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 Also machen wir's mit Schwung. Und? Eih, nicht ganz. Oh, was für ne geile Stelle. Yep, und jetzt schaffen wir's. Ach, wie geil. Das ist so geil. Also jetzt diese Stelle im Spiel, das ist einfach der Hammer. Oh Gott, das ist echt geil. Ich feier das grad so enorm. Mit einem Blick zum Aufnahmeprogramm nicht, dass ich wieder die Aufnahme... Das ist echt... Oh Gott. Das ist... Der absolute Burner. Okay. Also... Sind wir jetzt genug? Die anderen machen mit. Oh Gott, Leute. Jetzt steht eine 20 da. Ah ja, natürlich. Äh, 20 Freunde müssen wir sein. Einer stand ja schon drauf. 19. Oh Gott. Ja. Nein. Nein. Es fehlt noch einer. Nein. 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 Nein, nein, nein. Wie kann denn noch einer fehlen? Wo ist der? Komm mit, den finden wir noch. Wo wird der denn sein? Ups. Ne, Moment. Und, dich leben wir noch nicht. Sehr schön. Das ist der Wahnsinn. So. Ich denke, ich kann mich, äh, hier über diese Schlucht rüber werfen lassen. Und hoffe, dass da mein letzter Helfer ist. Ja. Oh. Oh. Da bist du. Du bist tot? Oh nein. Was für weckt sich dahinter? Bitte steh auf. Bitte steh auf. Okay, dich muss ich so mitnehmen. Ah, okay. Oh ne, oh ne. Ah, scheiße. Ich muss doch hüpfen. Zahle, wieso hüpfst du nicht? Der arme Kleine. Entschuldigung. Hüfte sich da den Mund zu? Ah, der hält sich so wieder vor den Kopf wegen seiner Brain Machine. Und jetzt? Und jetzt hüpfen nicht vergessen. Und hopp. Oh, sie fangen ihn auch noch. Und einer fällt. Das ist... Die Details sind unglaublich. So, jetzt sind es vier 20. Einer wartet. Und 19 kommen wir. Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Und jetzt zwei noch dazu. Oh Gott. Oh Gott. Was ist hier los? Oh. Was ist hier denn los? Was ist hier denn los? Oh. Atom-Tests? Ne. So viele doch nicht. Die Druckwelle. Oh. Oh je, Mini. Ich denke, wenn ihn das erwischt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Was ist das? Puh. Was macht ihr hier nur? Was ist hier los? Das sind die Druckwelle abwarten und dann los. Und schnell. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt... Ich glaube, ich bin zu spät drin. Ich muss den Hebel noch umlegen. Das ist der Schutz. Aha. Oh Gott. Ja, ja, ja. Wenn ich den Hebel jetzt umlege, geht jetzt rechts der Schutz hoch. Aber dieser hier klappt runter. Okay. Also den Druckwelle abwarten. Und schnell. Schnell, schnell, schnell. Alter Schwede. Lauf, lauf, lauf. Was ist hier nur los? Okay, die Druckwelle kommen hier auch noch an. Was macht der Hebel? Okay, er hält... Oder? Ja, er hält diesen Mechanismus hier auf. Aber was ist das für ein Mechanismus und wofür ist der gut? Die Druckwelle scheint dann nichts auszurichten. Okay, ich warte... Ah, vielleicht... ...bietet nur das nochmal Schutz. Das ist von hier oben. Das kann nämlich sagen, wenn ich hochklettere, dass dann schon die nächste Druckwelle kommt und dass ich es jetzt nicht schaffen würde ohne diesen Schutz. Ja. Ja. So ist es. So ist es. Und schnell weiter. Schnell, 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 schnell. Oh ne, oh ne. Nein. Nein. Verdammt. Also müssen wir den doch ein Stückchen weiter drehen lassen. Diese Stelle muss ich also ohne Schutz schaffen können. Dann sparen wir uns den für hier drüben auch. Und schnell los. Hoch, hoch, hoch. Wir halten, wir halten, wir halten. Oh nein, es kommt schon wieder los. Oder Trelle. Alter, verdammt. Hm. Okay. Okay. Dann habe ich eine Vermutung. Ich muss das nicht anhalten. Ich muss das für das richtige Timing vorbereiten. Und los. Schnell, 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 schnell. Nein. Okay, das war nicht das richtige. Oh ne, auch nicht. Oh, das ist ganz schön tricky. Das ist schwer. Okay. Ich glaube das nicht. Nee. Das ist es nicht. Okay. Ich denke hier. Und. So. Schnell, 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 schnell. So. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Das haben wir jetzt geschafft. Nö, die Soundplisse. Jesus, Jesus. Bitte, 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 bitte. Ja. Schnell, 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 schnell. Oh, Gott sei Dank. Einmal noch. Kommt die Druckfälle ja auch noch an? Ja. Hoch. Ah, okay. Okay, muss man, muss man. Ich glaube, das ist zu knapp. Ja. 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 Abfragen. Und jetzt. Und jetzt rauf. Ja. Und jetzt. Ach, geschafft. Und auf unserem nächsten Rätsel. Ich denke, hier müssen wir uns verstecken. Auch nicht mal das Konkurse schieben. Mal sehen, was passiert, wenn ich einfach durchlaufe. Oh, was sind das für gestalten? Sieht ein bisschen aus wie Crash Test Dummies. Was ist hier denn los? Was machst du hier? Oh. Oh. Oh, bitte nicht. Junge, Junge, Junge. Wie Psycho. Oh Gott. Warum? Wieso macht ihr sowas? Ich war doch gerade noch sicher hinter diesem Teil. Dachte ich. Okay. Ach, wie ist das hier? Also, warten wir hier. Ah, ja. Ja, hier ist das Geländer. Da bin ich sicher. Okay. Also, hier Druckwelle abwarten. Zack. Und jetzt schnell rüber bis zum nächsten Geländer. Schnell, 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 schnell. Beeilung, Beeilung. Nein, 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 nein. Oh, eh. Das heißt, um das Teilung zu schaffen, müssen wir jetzt schon sehr weit vor, damit wir dann nicht mehr so weit laufen müssen. Oh, was hat mich das nur an? Diese Verwüstung. So. Jetzt müsst ihr es noch halten. Zack. Und jetzt weiter. Und knapp ankommen auf der anderen Seite. Bitte, 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 bitte. Ja. Oh, oh, oh. Warte mal kleiner. Zack, okay, da ist unser nächster Schutz. Und los. Schnell, schnell, schnell. So. Sehr gut. Und weiter. Ah, ja. Da hätte ich noch warten müssen. Dann müssen wir das Timing so erwischen, dass wir runterrutschen, während die nächste Druckwelle kommt. Und los. Und jetzt. Schnell, 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 schnell. Eilig. Eilig. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt in Sicherheit. Mann, oh Mann. Mann. Was ist da nur los? Können wir etwas tun? Nein. Also auf in den Aufzug. Und den roten Knopf. Nein. Nein. Oh, der riesen Zettel. Das kann doch noch nicht wahr sein. Gott. Springen? Nein, springen hilft da nicht. Ui, 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 ui. Oh Gott. Ist hier irgendwo eine Öffnung? Ah, uns geht doch gleich die Luft aus. Uns geht doch gleich die Luft aus. Schnell die Luke öffnen. Können wir auftauchen? Ja, Gott sei Dank. Pfff. 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 Das war jetzt echt Glück. Unge. Meine Fresse. Ach, ihr Verrückten. Ihr Verrückten. Okay, hier ist sonst nichts. Also, aus der Luke. Und auf ins nächste Abenteuer. Doch wie es im nächsten Abenteuer weitergeht. Das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Damen nach oben, dann wird man euch loben. Und eventuell auch ein Abo da lassen. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.